So, hier haben wir wieder meinen Namensvetter Michael. Michael hat auch für Westdeutschen den ersten, nee, Süddeutsche war es, ne? Nee, Westdeutsche, Westdeutsche, ich komme schon ganz durcheinander, Scheiße. Westdeutsche haben auf jeden Fall den ersten gemacht, Gesamtsieg, Deutsche, ich sag's nochmal, auch durchgezogen, auch Gesamtsieg gemacht, heute bei dem Universum. Wir haben uns eben mal kurz unterhalten, wie ging's dir jetzt nicht so toll, ne? Du warst kurz vor dem Abbruch, erzähl mal warum. Ja, ich hatte so ein bisschen Probleme schon vor der Westdeutsche mit einer Grippe und hatte so ein bisschen das verschleppt und fühlte mich nicht so hundertprozentig wohl, mit Kreislauf ein bisschen Probleme und da hab ich gesagt, ne, Gesundheit geht vor, du brichst ab, aber dann ging's mir am nächsten Tag wirklich wesentlich besser und da hab ich gesagt, nee, komm, jetzt hast du neun Monate darauf hingearbeitet, jetzt ziehst du auch durch. Nach zwölf Jahren Pause muss man sagen. Ja, ja. Und dann nochmal. Und das mit 24 Jahren, Hammer. Genau. Er startet also Julian over 50. Ja. Nein, scherz. Also, jetzt fühlt's auf jeden Fall wieder gut, du musst keine Angst haben, dass du auf der Bühne gleich umklappst. Nein, nein, gar nicht. Und du bist auch nochmal härter geworden, hast du gesagt, ne? Ich bin nochmal ein Ticken härter geworden, hab mein Gewicht gehalten, hab so gerade das Limit. Punktlandung mit 77. Ja, genau. Genau, also wäre er 77,1, hätte er nochmal schwitzen müssen. Ja, wenn ich unter die ersten sechs kommen, wird mir das dicke reichen. Schön. Ich wünsch auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass du die deutsche Fahne hochhältst, dass du heute mal einen Durchzug machst, würde mich auch über tierisch freuen. Oh, da wäre es nicht. Ich finde es nicht klasse. Ich freue mich, bin gespannt, dich auf der Bühne gleich zu sehen. Ja, danke. Okay, Micha. Viel Spaß, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Danke dir.